Hallo ihr Lieben, ich bin hier gerade bei LUSH in München und hier findet gerade die Oster- und Frühlingsprodukte-Preview statt. Und ich habe hier schon diesen Freund gefunden. Es gibt echt total viele interessante, niedliche Produkte hier. Wir sind hier gerade schon beim Ausprobieren und Durchschnuppern. Es gibt Schaumwälder, Badekugeln, Seifen, alles mögliche. Und jetzt ist das Event gerade so im Vorbeigehen und ich zeige euch nachher noch ein paar Impressionen. Also wir sind gleich. Und in dem Fall ist hier auch wieder Feilchen drin. Das ist eine ganz lustige Mischung aus Feilchen, Lavendel und Himmel mit ganz viel Knallzucker. Sie macht das Wasser schon weich, auf so Lippie-Karbonat warm und es fängt auch schon an zu... Mh! 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 Das ist ein Stück Kindergarten gebaut worden. Und es ist ein erstes darum, dass sich diese Frauen am Läden... Also Sunny-Dank... ...am zu fragen. Man kann das aber komplett hochnehmen. Sie sind hier im Senzkasten. Die sind ganz fruchtig. Ich weiß keine... Glitzernde. Genau. Ich glaube, das ist das Kretapilla. Das ist ein bisschen Neon gehalten. Das hier darf ich mit nach Hause nehmen. Da sind einmal zwei Geschenke drin. Die zeige ich euch gleich nochmal. Und das war's für hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid jetzt neugierig geworden. Und ja, schaut mal vorbei hier bei LUSCH. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Aufgepasst. 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 So. Da sind meine Hoodies. Trink. Und jetzt geht's nach Hause. Tschüss. 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 Tschüss.